Ich will jemand sein, der für das Wahre kämpft, nicht für mehr Aufmerksamkeit, Ruhm oder Auszeichnung. Eine Lady zu sein, heißt heute eine Kämpferin sein, das heißt Überlebende sein. Für was möchtest du dich einsetzen? Wenn wir je gestoppt werden, dann von der Angst. Für einen Moment hatte ich sie auch, dann ging ich in die Umkleide und jagte sie zum Teufel. Gehst du durch deine Ängste und nutzt sie für was Positives? Egal, ob ich viel Make-up trage oder gar keins. Im Inneren bin ich derselbe Mensch. Es kommt nur auf deinen Kern an. Ich glaube an den Geist der Gleichheit und ich glaube daran, dass der Geist dieses Landes aus Liebe und Mitgefühl und Freundlichkeit besteht. An was glaubst du in der Welt? Schätze nur die Meinung derer, die du respektierst. Und wenn du jemanden nicht respektierst, schenke seiner Meinung über dich oder etwas anderes keine Beachtung. Welche Einflüsse lässt du in deinem Leben zu?